Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger! Gut, Rüdiger! Liebe Haterschaft, ich möchte euch herzlich begrüßen. Nachdem wir uns gestern mit Vlog 101 bis 103 beschäftigt haben, kommen heute Vlog 104 bis 107 dran. Wir schauen bei diesem Retro-Mett mal, was Reini uns Spannendes aus seinem Lebensalltag zu berichten hat. Es wird garantiert nicht um die Hater gehen, es wird wahrscheinlich um den Fortschritt in seinem Leben gehen. Oder auch nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was von ihm kommt. Reini, du hast das Wort. Heute mit einem neuen Video und einem neuen Stream. Äh, nee, neuen Stream nicht. Was ist denn los, Reini? Gar keine Begrüßung? Kein Metal-Leute? Gut, dann werde ich das übernehmen. Metal-Leute! Moment, neues Video. Ähm, ähm, die Hater waren gerade wieder da. Klar, die Hater waren wieder da. Es gibt natürlich auch sonst keinen Content. Es ist ja sonst auch harte Arbeit. Aber Hater. Das Thema geht immer. Ich hatte ja eigentlich auch noch einen Video-Ausschnitt. Vielleicht schneide ich den noch mit rein, das weiß ich noch nicht. Ähm, äh. Ja, das muss natürlich auch gezeigt werden. Es muss natürlich wieder eine neue Motivation für andere Hater gebracht werden, damit diese auch irgendwann vor deinem Tor stehen. Clever. Äh, das habe ich eben vergessen. Also, egal. Ähm, ja. Wo fangen wir vorne an? Äh, es sollten eigentlich... Vorne anfangen ist eigentlich immer eine gute Idee. Das ist besser, als mittendrin anzufangen. Und noch besser, als am Ende anzufangen. Es wird gestern noch weitere Videos kommen. Um genau zu sein, es sollten noch drei kommen. Ähm. Aber das hast du natürlich nicht geschafft. Kann ich verstehen. Wenn der Tag so voll ist, man muss halt gucken, was man geschafft bekommt. Äh. Äh. Äh, war also mein Fehler. Die Sache ist, die, und vielleicht können das ein paar, die selber New World Zocken nachvollziehen. Ich bin momentan extrem angebunden, weil ich momentan sehr viel New World zocke. Ja, das passiert schon mal. Da muss man Sachen wie Arbeit und ähnliches halt hinten anstellen, wenn halt gedaddelt werden soll. Das kann man ja schon verstehen. Ich bin zwar jetzt nicht in einer Gilde, zumindest nicht in einer öffentlichen Gilde oder so. Sondern ich habe meine eigene kleine Ein-Mann-Gilde aufgemacht. Das klingt nach guten sozialen Kontakten. Ich glaube auch nicht, dass sich viele andere Leute in ihrer Gilde haben möchten bei deinem Charakter. Sagen wir es mal so. Dann dürfen wieder alle für dich arbeiten. Und du versuchst halt am Ende, ja, den Lohn dieser Arbeit für dich zu behalten. Das haben wir ja mal gesehen, als du GTA gezockt hast. Und seien wir ehrlich, die meisten Leute, die in deine Gilde freiwillig reinkommen würden, sind wahrscheinlich Hater, die dich einfach nur triggern wollen. Wenn mich nicht dauernd Leute anstrengen, ich komme mit uns in die Gilde. Das ist halt so die heiße Phase. Das hat jetzt gerade angefangen. Jetzt spielen das momentan viele. Jetzt wird da richtig gepowert gerade. Ja, da muss ich jetzt halt auch mal schauen, dass ich auch ein bisschen reinballere. Ja, genau. Also, wenn man streamen als seinen Lebensinhalt, als seine Arbeit versteht, dann muss das auch schon mal hinten anstehen, weil das Hobby, was man theoretisch ja auch streamen könnte, verstehen nicht, warum er das nicht einfach macht. Dann wird er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, obwohl sein Gezocke halt auch sowas von dermaßen langweilig ist. Naja, aber er zockt halt für sich privat. Naja. Ich will aber trotzdem Videos machen und Streams machen. Der Stream für Diablo werde ich auf nächste Woche verschieben. Der Grund ist allerdings nicht New World, wobei es natürlich auch ein Teil des Grundes ist. Ja, wie gesagt, Arbeit muss bei ihm halt hinten anstehen. Er hat es ja selber gesagt, arbeiten ist keine Option. Das habe ich schon tausendmal gesagt, gehabt. Wenn mir etwa fünf Stunden Arbeitszeit, also fünf Stunden Gamezeit verloren gehen, noch ein bisschen was zu machen wollte und Diablo, also beziehungsweise den Stream von Diablo werde ich auf nächste Woche verschieben. Boah, dieser arme Stuhl. Tut euch das auch so in den Ohren weh? Dieser Stuhl wird ja maximal für 130 Kilo ausgelegt sein und wenn er sich da zurücklehnt, also da knarzt ja jede Scharnier an diesem Teil. Dann kann ich mich ein bisschen noch weiterhin um New World kümmern. Das halte ich, glaube ich, für eine ganz gute Idee. Ja, muss Prioritäten setzen. Ach, wieder ein schönes Bild. Gut, dass du wieder die Hand vor den Mund nimmst beim Gehen und dein Kreislauf scheint immer wieder am Ende zu sein. Hast die Nacht wahrscheinlich auch durchgezockt, statt einfach mal zu schlafen, wie es ein normaler Mensch tun würde. Naja. Das mache ich mit euch als Deal. Wenn ihr bis heute Abend 20, 21 Uhr genug Kommentare geschrieben habt für ein weiteres Video für Lustlord. Ja, ich gehe dann mal gerade wieder auf deinen Kanal und schaue nach, ob ich da einen Kommentar hinterlassen kann. Ja, ihr kennt den Witz, glaube ich, langsam. Dann kommt heute Abend, dann kommt morgen, nicht heute, dann kommt morgen ein neues Lustlord und dann kommt es morgen für 8 Uhr, 9 Uhr morgens. Meine Freude ist unendlich. Was gibt es Schöneres, als wenn du über Schmuddelkram redest? Besonders über Sachen, von denen du gar keine Ahnung hast. Ungefähr weiß ich noch nicht. Was noch? Ach ja, was würdest du lieber oder was würdest du eher? Das Format gibt es nicht mehr. Ich habe heute versucht, das aufzunehmen. Also vorhin habe ich das tatsächlich aufgenommen. Aber ich habe irgendwie bloß 10 Fragen mit Was würdest du lieber oder was würdest du eher gehabt? Und davon war irgendwie die Hälfte nur Hater-Kommentare. Ja, logisch. Über 90% deiner Zuschauer, ich würde eigentlich sagen 99%, sind Hater und Trolle. Natürlich sind da nur provokante Fragen drin. Meine wäre, wann löscht du dich eigentlich? Eher heute oder lieber morgen? Wobei mir heute deutlich lieber wäre. Es kommt nicht gut an. Und es ist aber nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist, dass es halt wirklich einfach nicht genug Kommentare gibt. Das kann ich halt nur machen, wenn ich auch von euch Mithilfe habe. Ist das eigentlich wieder hinter einer Paywall und du wunderst dich dann, dass keiner mit abstimmen will? Ich meine, ich würde in meinem Leben kein Geld ausgeben, wenn du davon einen Cent sehen würdest. Ich finde, du bist einfach nur ein widerlicher Provokateur. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die Geld mehr verdient haben und es nötiger haben als du. Und wenn ich die ganze Zeit Kommentare lese, wie du scheiße, du selbst, und alle fünf Sekunden nur solche Kommentare habe, anstatt auch mal normale Kommentare, auf die ich auch reagieren kann, macht das mehr Sinn, wenn ich die auf einen Schlag schlag mache. Aber schön, dass du das nochmal erwähnst, dass es dich triggert. Es werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht weniger geworden sein. Die Haterfliege, ich grüße dich. Hat die eigentlich einen Namen? Ich weiß es nicht. Ich nenne sie jetzt einfach mal Klaus. Haterfliege Klaus. Grüße gehen raus. Vielleicht mache ich sogar mal ein Video von New World, aber auf der anderen Seite möchte ich das eigentlich nicht, weil ich möchte nicht Anhaltspunkt dafür sein, wo ich bin, weil ich möchte nicht, dass die Leute wissen, auf welchem Server ich spiele, um mich die ganze Zeit zu nerven. Ich dachte, wo du bist, du bist in deiner Schanze, da wo du halt immer bist. Aber die Leute werden auch andere Wege finden, um dich zu nerven. Aber es stimmt, in World of Warcraft war das schon immer sehr amüsant aus, wenn du irgendwo rumliest und innerhalb von Sekunden sich zig Hatercharaktere auf dich stürzten und dich nervten. Und zwar wollte ich heute mal kurz über das Thema mit... Also, was ist denn jetzt passiert? Man sieht deine komische Frisur noch besser. Du hast dich mal umgezogen. Du trägst tatsächlich ein Polohemd. Aber was ein bisschen komisch aussieht, ist dafür dein Greenscreen. Der ist nämlich nicht benutzt und irgendwie an der Ecke hängt irgendwas runter. Das sieht aus wie... Ja, ein Bade... So ein Duschvorhang oder sowas, ein Alter. Wirklich schön ist es nicht. Spielschaften sprechen. Ich möchte gar nicht lange die Ohren voll heulen. Das wäre schön. Dann lass das auch bitte. Es ist eher so, dass mir die ganze Zeit Leute die Ohren voll heulen. Jeder Rang hat verschiedene Vorteile. Und dann darf man sich immer anhören, deine Vorteile sind scheiße. Tja, Reini, das sind deine Kunden. Und es wäre vielleicht mal sinnvoll, auf deine Kunden zu hören. Und deine Vorteile irgendwie für einen Rang, wo man 50 oder 100 Euro bezahlt, es den Hatern richtig zeigen, ist halt auch ziemlich mäßig, wenn ich ehrlich bin. Naja, und naja, dann bekommen wir halt Beschwerden und was machst du? Du gehst natürlich nicht drauf ein, sondern du pöbelst deine Kunden an und heust ihnen jetzt die Ohren voll. Was du eigentlich nicht machen wolltest. Der Konsequenzlord halt. Der Vorteil ist sowieso nicht um bla 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 bla. Der Witz dann ist, dass die Vorteile, die schon existieren, keiner nutzt. Ja, weil sie wohl nix sind. Das wollten dir deine Drachis wohl klar machen. Aber alle schreien, wir wollen mehr Vorteile. Wahrscheinlich bessere. Irgendwas Sinnvolles. Wir hatten vorhin, oder ich habe vorhin mit einem Mitglied gesprochen, das eine interessante Idee hatte, dass wir in Zukunft einmal die Woche, also eigentlich war es einmal im Monat, aber ich habe es auf einmal die Woche überlegt, also wahrscheinlich wird es so laufen, dass wir den Mitgliederstream dafür nutzen und im Mitgliederstream dann einmal für 30 Minuten oder 35 Minuten ein Spiel antesten, irgendein Trash-Spiel, also irgendein Spiel für, sagen wir mal, maximal 2,50. Ab dem jungen Drache heran. Das hört sich ja auch total spannend an. Da stehen alle drauf. Irgendwelche Billig-Spiele zu spielen, die halt irgendwo bei, weiß ich nicht, Steam irgendwie beim Ramsch rumliegen. Wer soll sich das denn freiwillig angucken? Bezahlt man extra Geld bei dir, um einen Rang zu bekommen und kriegt dafür Müll angeboten. Ganz toll. Ich weiß nicht, ob ich es noch heute mache, weil ich noch überlege, wie ich das genau umsetze und wie ich das dann formuliere. Aber ich denke, spätestens dann ab nächster Woche werde ich das dann in Angriff nehmen, dass es dann in den Vorteilen drinnen ist. Weiß ich nicht, ob das gekommen ist, wie häufig es gekommen ist. Wahrscheinlich nicht sonderlich viel, sonderlich oft, weil es halt auch harte Arbeit ist. Er muss sich überlegen, was er macht. Er muss sich überlegen, welches Spiel er nimmt. Dann kostet es noch maximal 2,50 Euro. Das ist ja auch eine Menge Geld für Qualitätscontent. Muss man sich halt schon überlegen, wie man das macht. Ich werde dann einmal in der Woche einen Post machen, bei dem ihr wiederum entscheiden könnt. Könnt ihr euch ein Spiel aussuchen und alle anderen, schreibt bitte in die Kommentare, welches Trash Game ihr bevorzugt oder vorschlagen würdet. Postet bloß einer bitte den Namen des Spiels. Ich suche mir das dann aus Team selbst raus und wenn jemand das gleiche Spiel möchte, einfach der Person, die das Spiel schon gemacht hat, einen Like geben. Dann werden wir nämlich das Spiel mit den meisten Likes nehmen. Ich denke, das war es dann auch soweit dazu schon. Ihr könnt noch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, würde ich ja tun. Würde der gern sagen, dass ich davon nicht viel halte, aber das ist halt schwer möglich. Außerdem wäre es extrem nett von euch, wenn ihr aufhören würdet, mir immer Vorwürfe zu machen, dass ihr nicht genug Vorteile habt oder dass es sich nicht lohnt, Mitglied zu werden, weil man kann... Reini, das Thema hatten wir doch gerade. Warum sollte sich das auch lohnen? Man gibt dir Geld und man kriegt dafür halt nichts. Man sieht halt, ja, wie du gelangweilt irgendwas daddelt, irgendwelche Kinderspiele, dabei noch ziemlich überfordert bist oder irgendwelche unmotivierten Videos machst. Du häufst jetzt gerade die ganze Zeit rum, was denn eigentlich deine Drachis deiner Meinung falsch machen. Und es sollte ein Videologbuch sein, also quasi ein digitales Tagebuch und jetzt erzählst du, was du für einen Content hast. Irgendwie scheinst du dein eigenes Format noch nicht so ganz so verstanden zu haben, so wie du dein ganzes Game auch nicht verstehst. ...eine Vorteile hat oder weil die Vorteile nicht existieren, bla. Es gibt Vorteile wie zum Beispiel Abstimmungen, die sind nun mal nicht jede Woche oder jeden Tag möglich. Es gibt aber wiederum auch Sachen, die halt nur einmal oder zweimal in der Woche passieren. Oder halt auch gar nicht. Genau. Außerdem plane ich momentan, meinen kompletten Kanal, vor allem meine Livestreams, noch ein bisschen zu upgraden. Es soll wieder ein Dragon Monday geben, allerdings mit... Der Dragon Monday? Oh, das ist ja was ganz Besonderes. Und der fällt ja quasi auch nie aus. Deswegen haben deine zahlenden Kunden ja so einen tollen Vorteil. ...einen kleinen aber feinen Unterschied, dass es dieses Mal live ist. Und der Dragon Monday soll ab morgen jeden Monat, jede Woche kommen. War das gerade ein freussischer Versprecher, weil er einfach jede Woche angekündigt wird, aber nur einmal im Monat stattfindet? Könnte ich mir jetzt schon irgendwie vorstellen. ...noch hunden schauen, ob ich das noch hinferkeln kann. Ähm, ciao, ciao. Wer... Och, das sind echt Vlogs. Also das Einzige, was ich jetzt aus seinem Tag erfahren habe, aus diesen beiden Vlogs, ist, dass Hater da waren. Sonst war es eigentlich grob nur Werbung für seinen Kanal und was er alles vorhat und ähnlich kommt. ...next evening. Zunächst mal, ich werde mir gleich noch die Haare schneiden und auch den Bart. Ja, ich sag mal, ich sehe da noch gewisses Verbesserungspotenzial. Dieser komische Kamm auf deinem Kopf, der sollte da, wenn möglich, weg. Und, naja, rasieren weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Baby Face Winkler ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings Winkler optisch. Das heißt, bewundere es nochmal in all seiner Pracht. Das wird nämlich nachher nicht mehr vorhanden sein. Ach, mein armer Magen. Ähm, was allerdings noch vorhanden sein wird, wird es so bequenstern. Ja, ja. So kann man es gerne packen, ist es mir sicher. Okay, ähm, äh, was gibt's jetzt für neue Informationen? Zunächst mal, ich bin immer noch ziemlich stark am, äh, New World zocken. Ähm, bin jetzt... Ja, dann hast du dich ja richtig weiterentwickelt seit dem letzten Vlog. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage dazwischen sind, aber irgendwie hast du auch noch dasselbe Polo an. Möchtest du dich nicht mal irgendwann auch umziehen? Ich meine, wir sehen jetzt nur deinen Kragen, deine Schultern. Wenn du irgendwelche Flecken wieder auf dem Bauch hast, ähm, kann ja sein, kommt öfters vor bei dir. Wenn du halt wahrscheinlich isst beim Zocken und alles runterkrümmelt und tropft und so ein Tagelang dein Shirt an hast, ist es halt auch kein Wunder, dass du ewig so rumläufst. Momentan in der Warteschlange habe ich jetzt schon dreimal eine Fehlermeldung heute bekommen von meinem Rechner. Ähm, dann, äh, was möchte ich jetzt noch? Ich bin jetzt natürlich ein bisschen, äh, die ganze Zeit am New World zocken. Ist natürlich ein bisschen ungeil, weil ich dann die ganze Zeit mich auf New World konzentriere. Ja, ist ziemlich ungeil. Du erzählst gerade deinen Kunden, deinen Zuschauern, deinen, nennen wir es mal, Fans, ähm, dass du lieber zockst, als irgendwas für sie zu machen. Und das als, ähm, damals hast du dich ja noch als YouTube-Star gesehen, später Influencer, nachdem du ja bei YouTube die Prügel rausgeschmissen bekommen hast. Ja, und man sieht halt deine Prioritäten. Erste Stelle, du, zocken, zweite Stelle, naja, weil, wenn nur zwei Sachen da sind, halt deine Zuschauer. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Du solltest denen den Eindruck geben, dass sie dir wichtig sind. Das ist halt nicht der Fall. Aber ich hab heute noch vor, ein Video für eine andere, für eine andere Webseite zu machen. Ähm, ähm, für nächste Woche ist auf jeden Fall der Dragon Monday geplant. Geplant ist er schon mal. Das ist ja schon der erste Schritt, ob er jetzt kommt. Ganz andere Geschichte. Und da muss ich dann auch mich hinsetzen und die ersten Themen zusammen suchen. Das möchte ich jetzt schon möglichst einen Dienstag und Mittwoch machen. Ähm, außerdem gibt's jetzt noch was Neues. Und zwar hab ich euch ja schon angekündigt, dass ich mein Haus verkaufe. Ja, angekündigt hast du das ziemlich oft. Das hat nur lange gedauert, bis es dann tatsächlich passiert ist. Und damit ging ja wirklich eine ganz wilde Story los. Aber darauf werde ich dann auch mal irgendwann in spätere Videos eingehen. Äh, beziehungsweise inzwischen ist es bereits verkauft. Äh, beziehungsweise wie viel ich bekommen habe oder wie viel ich bekommen werde, spielt erstmal völlig keine Rolle. Das ist aber später bekannt geworden. Du hast um die 100.000 Euro dafür bekommen, musstest, beziehungsweise davon wurde automatisch das abgezogen für die Entsorgung deines ganzen Krempels. Du warst ja zu faul, vorher drin aufzuräumen. Das musste noch bezahlt werden und die Hüte musste abgerissen werden und der Schutt natürlich auch entsorgt. Und das waren nochmal um die 30.000 Euro. Der Rest wurde in die Tilgung von Schulden gesteckt und in deinen komischen blauen Pritschenwagen. Das war halt eine semi-gute Investition. Mit dem Geld hätte man schon was machen können. Man hätte, du hättest wahrscheinlich um die 50.000 Euro gehabt. Das wäre ein Start wirklich in ein, sag ich mal, neues Leben für dich hätte es sein können. Du hättest dir irgendwo eine kleine Wohnung mieten können, dich aus dem Internet vor allem rausziehen. Und mal wirklich schauen übers Arbeitsamt, dass du die Möglichkeit für Fortbildungen bekommst, dass du irgendwas aus deinem Leben machst. Ich meine, du warst jetzt, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren nicht mehr arbeiten, hast keine wirklichen sozialen Kontakte, dass der Schritt wahnsinnig weit für dich ist in dein normales Leben. Das ist uns allen klar. Aber ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist. Es liegt halt nur in deiner Motivation. Und wozu du mal motiviert bist, das erzählst du uns ja die ganze Zeit. Nur zocken. Auch wer es gekauft hat, ist völlig uninteressant. Erstens darf ich. Auch das wissen wir. Die Stadt wollte dich loswerden. Und damit sie dich losgeworden ist, mussten sie halt dir das Haus abkaufen. Nicht darüber reden. Und zweitens würde ich das nicht. Anfang Januar werde ich umziehen. Das ist alles mit dem Verkäufer soweit geklärt. Quatsch. Der Verkäufer bin ja ich. Und dann werden wir im... Es war, glaube ich, Ende Februar, wo er ausgezogen ist, oder? Bin mir da gerade nicht ganz sicher. Im neuen Jahr ein neues Leben starten. Oder besser gesagt, ich werde im neuen Jahr ein neues Leben starten. Wohin ich ziehen werde, spielt erstmal keine Rolle. Ob ich weit weg ziehen werde, ob ich nah dran bleiben werde. Das spielt alles erstmal absolut keine Rolle. Ja, das wird auch noch wahnsinnig witzig. In die Hotels, aus denen du dann immer wieder rausgeflogen bist. Dann halt hast du in deiner Karre gepennt. Das muss ja wahnsinnig angenehm sein, mit deinem Körpervolumen in so einem Auto zu schlafen. Dann bei Marion im Keller. Irgendwann wahrscheinlich in Plauen. Und mittlerweile sitzt du bei diesem komischen NS-Uwe in einem seiner Arbeiterzimmer. Also, wilde Geschichte. Jetzt haben wir schon wieder drei Vollpfosten hier vor der Haustür. Sekunde. Ah, Hater werden mal wieder nicht erwähnt. So wie immer. So wie es bei dir üblich ist. Ich muss nur kurz die Polizei anrufen, jetzt kurz in mein Zeug hier eintragen und so. Genau. Es stehen drei Leute auf der Straße. Es muss sofort die Polizei gerufen werden. Herr Müller mit Blaulicht sofort ran. SEK hinterher. Bundeswehr muss alles bombardieren. Sofort. Rainer fühlt sich belästigt. Weiter und so fort. Es ist echt nicht normal. Also, wir hatten heute Morgen jemanden hier, der hat schon mal eine Bierflasche in der Hand gehabt. Was heißt heute Morgen? Ja, der hat wahrscheinlich heute Urlaub oder ich weiß es nicht. Oder es ist Wochenende und er ist halt unterwegs und macht sich einen schönen Tag. Klar, du willst ja wieder suggerieren, alle Hater sind asozial, Alkoholiker kriegen ihr Leben nicht auf die Kette und das aus deinem Mund. Das ist schon wild. Mittag war das um 12.12 Uhr. Dazu soll ich übrigens noch was sagen und zwar herrscht hier aktuell Alkoholverbot. Das heißt, wenn ihr hierher kommt und alkoholisiert seid beziehungsweise Alkohol dabei habt, seid ihr definitiv gearrscht. Wie genau das ist, ob man alkoholisiert, wenn man hier erwischt wird, auch Probleme bekommt, weiß ich nicht. Aber Alkohol dabei haben ist auf jeden Fall strafbar. Ja, dann war das ja clever von dem Mann, dass er die Bierflasche möglichst schnell leer getrunken hat. Gehe ich mal von aus. Mit der Situation. Ach so, ich werde jetzt heute auch noch schon mal die ersten Sachen einpacken. Jetzt nicht irgendwie was Aufwendiges, wie zum Beispiel mein Rechner oder so. Aber natürlich solche Sachen, wie zum Beispiel meine Popcornmaschine, die nutze ich sowieso nicht. Die Zuckerwarte Maschine wird schon mal eingepackt. Das sind auch Sachen, die müssen unbedingt verwahrt werden. Und wir haben ja Fotos gesehen aus seinem Lager. Das ganze Zeug stand da drin, nicht anständig, sauber gemacht, völlig versifft. Und naja, sowas wird halt auch nicht wertvoller, solche Elektroartikel, wenn sie noch irgendwie zehn Jahre eingelagert werden. Ob das jetzt wirklich sinnvoll war, sowas mitzunehmen? Viele Sachen hast du ja auch einfach drin liegen lassen in der Schanze. Sollen sich halt andere drum kümmern. Ist ja nicht dein Problem. Ist ja die Einstellung deines Lebens. Kleinigkeiten werden eingepackt, die ich halt nicht mehr benutze oder die ich nur selten benutze. Meine Konsolen, ähm, äh, ja, alle meine Konsolen, die ich halt nicht benutze, äh, DVDs nutze ich eigentlich schon seit Jahren nimmer. Ja, wofür lagerst du die denn dann ein? Ich meine, ähm, das Zeitalter der DVDs ist jetzt eigentlich ein bisschen her, seitdem es Streams gibt, äh, Streaming-Plattformen, und du nutzt diese doch eh. Ich weiß, ich glaube nicht, dass du in letzter Zeit schon mal eine DVD geguckt hast. Äh, ich habe irgendwann angefangen, mir die Sachen, was ich habe, auf DVD alle noch mal online zu kaufen. Das heißt, da habe ich ja meine Accounts im Internet, aber ich werde die auch trotzdem mal schon DVDs schon mal einpacken. Ähm, Klamotten brauche ich natürlich nicht einpacken, ist ja klar. Äh, Außerdem habe ich mir fest vorgenommen, schon mal die paar Zimmer, in denen ich sowieso nie bin, auszuräumen. Ähm, ah, sehr klar. Ja, ist leider nie passiert. Der ganze Müll ist dringengeblieben und musste halt aufwendig entsorgt werden. Gut, war dein Geld. Gut, die Polizei ist direkt gekommen, das passt perfekt. Dann ist nämlich direkt Ruhe. Ähm, ich bin nicht dazu verpflichtet, das Haus auszuräumen. Also ich bin... Nö, überhaupt nicht. Solange du das halt bezahlst, im Ende ist es egal. Ob du das jetzt persönlich machst, Geld sparst, aber das ist halt ein Problem von Zukunftsreiner und Zukunftsreiner ist dir halt egal. Die Sachen, die ich mitnehmen will, die werde ich mitnehmen. Äh, werde ich schon mal wegräumen, werde ich schon mal einpacken. Äh, äh, ähm, Werkzeuge werde ich, denke ich, auch erst mal liegen lassen, weil vermutlich muss ich noch irgendwelche Sachen auseinanderschrauben oder so. Ähm, äh, Ist nicht passiert. Große Möbel oder sowas standen in seinem Lager nicht drin oder dass irgendwelche Bretter von Schränken drin waren. Das hat er natürlich alles in der Schanze gelassen. Wer hätte ihm auch dabei helfen sollen beim Abbauen? Und wir wissen ja, wie seine handwerklichen Fähigkeiten sind. Er hätte wahrscheinlich eh alles komplett zerlegt, dass man es nie wieder zusammenkriegt. Äh, naja, sowas ist halt ausgeschlossen. Äh, meine Kameras bleiben natürlich bis zum letzten Tag hängen. Das ist ja logisch, brauche ich ja. Äh, Ja, ganz wichtig, es muss alles überwacht werden. Stasi, Winkler bis zum letzten Tag. Äh, ja, und alles, was ich halt nicht so weit brauche. Ich habe einen Werkzeugkasten, den ich mitnehmen möchte, also so eine Fahrbahn. Den brauche ich in meinem neuen Haus. Ähm, also den brauche ich halt in meinem neuen, in meinem neuen, in meinem, ne, in meinem neuen Leben brauche ich den auf jeden Fall auch noch. Ähm, äh, Ja, war das so? In deinem neuen Leben brauchst du einen Werkzeugkasten? Hat Uwe keinen da? Äh, äh, also vor Dezember wird jetzt da auf jeden Fall nichts ausgeräumt werden, denke ich. Aber ich kann ja schon mal alles so zusammenräumen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich bin etwas nervös, was es angeht, weil ich habe ja mein Leben lang hier gelebt. Ich habe ja mit Wohnungssuche und Haussuche und so weiter, habe ich mich ja nie beschäftigen müssen. Das war ja nie nötig. Äh, Ja, wirst du auch nicht machen. Das wäre so clever gewesen, dir irgendwas zu suchen. Später wirst du ja bei der Bürgermeisterin Frau Winkelspecht stehen und verlangen, dass sie dir eine Wohnung suchen, woraus du da achtkantig rausgeschmissen wirst und sie ernsthaft gesagt hat, dass sie sich lieber von dir verklagen lässt, als dir noch weiterzuhelfen. Und das hast du halt in deinem Leben halt auch nie verstanden. Wenn die Stadt dir am Anfang gesagt hat, sie wird dir helfen. Helfen ist in dieser Form als Unterstützung gemeint. Sie hat nicht gesagt, sie wird dir die komplette Arbeit abnehmen. Sie hat dir wahrscheinlich ein, zwei Wohnungen gesucht, wo du hättest hingehen müssen, dich bewerben. Du wirst doch wahrscheinlich, wenn du überhaupt da warst, aufgetaucht sein wie vor Gericht. Und, ähm, naja, als Vermieter würde ich dich, wenn du so auftauchst, bestimmt nicht einziehen lassen. Selbst wenn es ältere Vermieter sind, die nicht online zugegen sind, also den Drachenlord nicht kennen, wenn jemand so rumläuft, wird man da ja daraus schließen, dass auch seine Wohnung nicht besser aussieht und er damit nicht besser umgehen würde. Und, äh, als Vermieter hat man keine größere Sorge, als einen Chaoten da drin zu haben, der am besten nicht regelmäßig seine Miete zahlt, die Wohnung verwüstet und man am Ende auf einem riesigen Schaden sitzen bleibt. Also, mich wundert das nicht, dass du Probleme hattest, eine Wohnung zu finden. Äh, 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 ähm, 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 bin auf jeden Fall mal gespannt. Das neue Jahr wird für mich sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich hoffe auch für euch, also ich werde auf jeden Fall weiterhin lieben. Ja klar, war für alle interessant. Also wir haben noch nie eine menschliche Schnitzeljagd gesehen, die dann ausgerufen wurde. Ja, und wer war wohl der Schnitzel, Rainer? Videos machen und weiterhin Streams machen. Ich werde euch keine Wohnung, also das kann ich gleich im Vorfeld zeigen, ihr braucht mir gar nicht erst zu schreiben, macht bitte mal eine Roomtour. Ich habe nicht vor, eine Roomtour zu machen. Ich werde auch nicht zeigen, wie es außerhalb von meinem Haus aussieht. Und soweit ich es vermeiden kann, werde ich auch nach Möglichkeit, äh, 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 nicht zu zeigen, was außerhalb meinem Haus ist. Wahrscheinlich wird es so laufen, äh, hab ich wiederhaus gesagt. Äh, wahrscheinlich wird es wieder so laufen, dass ich einfach hinter mir, äh, so wie jetzt im Prinzip auch. Im Prinzip wird es so sein, ich werde ein Greenscreen hinter mir aufbauen, äh, werde dann halt mich da hinsetzen, werde ein Schreibtisch haben, vielleicht zeige ich euch mein Arbeitszimmer einmal, dass ich einmal durch mein Hauptarbeitszimmer gehe mit der Kamera. Und das war's dann. Ja, da werden dann verhangene Türen sein, Fenster sein, beziehungsweise Fenster habe ich in dem Raum dann gar nicht. Und ich weiß schon ja, was er sich da vorgenommen hat, dass, ja, äh, dass die Hater ja nicht rausfinden, wo er ist. Am ersten Abend, nachdem er raus war, war er im Hotel in Frankfurt und hat provoziert. Seine Worte waren, such mich doch mal eine kleine Haterchen. Das war das Erste, was er gemacht hat. Und die Haterchen haben ihn gesucht. Und sie haben ihn gefunden. Und so paranoid, wie er dann war da draußen, er dachte dann, bei jedem Auto, was vorbeifuhr, boah, da könnten Hater drin sitzen. Bei jeder Person, die irgendwo lang lief, boah, das könnte ein Hater sein. Er hat nach rechts und links geguckt. Ja, schön, was er sich vorgenommen hat. Daraus ist natürlich mal wieder nichts geworden. Ich hingehe und alles, deswegen habe ich dann keine, habe ich dann keine Fenster und so weiter. Und dann kann man alles in optimaler, optimaler Situation hinferkeln. Da freue ich mich drauf. Die Hater behaupten ja momentan immer noch so, ja, du wirst ja eingespielt, du wirst ja eingespielt, blablabla. Ich bin gespannt, ob sie recht haben. Ja, leider nicht. Leider wieder mal Bewährung. Was ich ja auch sehr, sehr komisch finde, wenn jemand auf Bewährung ist, gegen diese Bewährung verstößt, die Auflagen dieser Bewährung nicht erfüllt und zur Belohnung dann nochmal Bewährung bekommt. Irgendwie verstehe ich da nicht, wo das Druckmittel ist und ich verstehe auch nicht, wie eine Person so aus Fehlern lernen soll, wenn man mit allem durchkommt, was man macht. Ich werde definitiv, wenn ich eingesperrt werden sollte, werde ich in Berufung gehen, weil ich bin der Meinung, dass ich unschuldig bin. Ich verteidige mich. Ich habe nie was anderes getan, als mich zu verteidigen. Klar, wissen wir, haben wir auch auf den Videos gesehen, wie du auch die Polizisten beleidigt hast. Du hast dich ja natürlich nur verteidigt dabei. Selbstverständlich, Reini. Leider hat das Gericht das anders gesehen. Du hast dich nicht verteidigt. Trotzdem hast du eine Bewährung bekommen. Bin ich rumgelaufen und habe den Leuten auf die Fresse gehauen. Naja, aber du hast es versucht. Hat halt nie funktioniert eigentlich. Doch, du hast dich mal auf jemanden draufgeworfen und naja, wenn halt über 200 Kilo auf einem liegen, ist man froh, wenn man nicht erstickt und der Person, die sich in dem Moment nicht wehren konnte, hast du ins Gesicht geschlagen. Das war auf deinem Grundstück, muss ich auch sagen, das war die Situation, die ich eigentlich am wenigsten für verurteilenswert halte. Wenn jemand auf deinem Grundstück rumläuft, der ist meiner Meinung nach selber schuld. Also, er hat jetzt keine schweren Verletzungen davon getragen, aber man weiß doch nie, ist der irgendwie bewaffnet, hat der noch ein Messer oder irgendwas Skurriles und naja, dass Rainer sich da irgendwie geschützt hat, das kann ich ja noch verstehen. Aber er ist schon vor sein Tor gegangen und was er da für Aktionen gebracht hat, wie er versucht hat, Leute zu attackieren, da gab es mehr Sachen, für die er hätte verurteilt werden müssen. Und nach über acht Jahren dieser Aktion oder sogar nach einem Jahr würde so eine Aktion schon gerechtfertigt sein, wenn ich jemanden auf die Fresse haue, wenn die mich hier ein Jahr lang belästigen. Rainer, du bist der Provokateur. Du provozierst die Leute, die Leute kommen zu dir und dann zu sagen, du verteidigst dich selber, das ist gelogen und das weiß auch jeder. Und in den letzten fünf bis sechs Jahren beziehungsweise fünf bis acht Jahren ist es so schlimm geworden mit dieser Belästigung, dass ich halt einfach wirklich auch, ich habe im Normalfall eine sehr, sehr lange Zündschnur, selbst nach so vielen... Wann? Wann hast du eine lange Zündschnur? Du schreist bei den absoluten Kleinigkeiten rum, wenn du Computerspiele spielst, äh Zio! Du gehst doch sofort aus der Haut, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie du willst. Also, dass du eine lange Zündschnur hast, das ist ja völliger Unsinn. ...vielen Jahren noch. Aber auch meine Zündschnur wird mit jeder Aktion kürzer und irgendwann platzt die Bombe. Ja, Reini, dass deine Zündschnur sehr kurz ist, ähm, das hast du schon in anderen Videos veröffentlicht. Ich kann da, ähm, Rocksau empfehlen, das kleine Masturbatorium, beziehungsweise ich kann es nicht empfehlen. Ich habe es mir tatsächlich beim, äh, Sport angehört, ähm, wirklich nur angehört, nicht das Video angeguckt. Es hat mir schon gereicht, äh, die verstörten Kommentare von Rocksau zu hören, dabei die Geräusche. Über die Kommentare musste ich mich halt kaputt lachen. Ich bin fast von der Klimmzugstange gerutscht dabei, ähm, aber angucken würde ich das echt nicht. Ich persönlich hasse Gewaltanwendungen, hasse ich wirklich. Ich mochte noch nie Gewaltanwendungen. Ja, dafür solltest du vielleicht weniger den Leuten drohen. Du hast uns Geschichten erzählt, dass du in der Schulzeit schon von einem Mitschüler den Kopf auf den Tisch geschlagen hast, sodass er ins Krankenhaus musste. Du bist, also, dass du keine Gewalt kennst. Ich glaube auch, dass du keine gewaltfreie Erziehung hattest, weil Gewalt für dich ein ganz normales Mittel ist und ich glaube, das stammt halt von dem, von deinen eigenen Erfahrungen, die du selbst in deinem Leben hattest. Ähm, ich habe im Laufe meines Lebens öfter Gewalt anwenden müssen. Nein, du hättest es nicht müssen. Du hast überreagiert. Du hast Leute angegriffen. Ich meine, dass du mal mit, von Idioten umgeben warst, naja, dass dich also wirklich mal Leute konfrontiert haben, die sich wirklich daneben benommen haben. Okay, aber du könntest immer in deinem Haus bleiben. Die Polizei sagt dir, bleiben sie in ihrem Haus. Aber was machst du? Du gehst raus, du schreist rum, du gehst vor das Tor, wenn du glaubst, die sind kleiner als du, ein Schmächtiger und du hättest eine Chance, wenn da irgendein Typ vor dir steht, so ein kräftig gebauter Typ. Es gibt doch ein Video, da steht einer, der Pumperdorian genannt wird, der so ein bisschen so aussieht, auch lange Haare hat. Da traut er sich komischerweise nicht raus. Da bleibt er schön hinter seinem Tor stehen. Da habe ich keine Wahl. Ähm, manchmal aus beruflichen Gründen, manchmal aus privaten Gründen. Aus beruflichen Gründen? Hast du mal bei der Security gearbeitet oder bei der Bundeswehr oder was? Du bist keiner, der sich verteidigen muss. Du bist meistens der Aggressor. Manchmal eben einfach aufgrund des Selbstschutzes oder um das, um jemand anderen zu schützen, der mir wichtig ist. Ja, auch das ist einfach gelogen. Die einzige Aktion, wo du behauptest, wo du jemanden schützen musstest, das war die Geschichte mit deiner Schwester, wo mittlerweile auch klar ist, dass das Unsinn ist. Und man schützt niemanden, indem man verrät, wo die Adresse dieser Person ist. Das ist ja so ein Quatsch. Und das ist halt in Bezug auf die Hater leider nicht immer anders. Es ist letzten Endes jeden seine eigene Entscheidung, wie er das Ganze klassifiziert. Letzten Endes kommt es darauf an, was der Richter sagt, was die Staatsanwaltschaft sagt und was mein Anwalt sagt. Ja, die Staatsanwältin hat das Game komplett durchschaut. Die wusste, was du für ein Charakter bist. Sie hat gesagt, Herr Winkler ist ein Provokateur und was er bekommt, ist die Quittung dafür. Und wenn er dann angreift, Leute angreift, die zu ihm kommen, muss er auch die Konsequenzen dafür tragen. Der Richter hat das leider dann nicht so gesehen. Beziehungsweise, was dann in der letzten Endes im Zusammenhang in der Gerichtsverhandlung passieren wird. Ich habe meinem Anwalt bereits mehrere Sachen vorgelegt, habe auch schon darum gebeten, dass man mal eine Aussprache hält noch vor Gericht, also bevor man zu Gericht geht, damit man sich da mal ausführlich drüber unterhalten kann und besprechen kann. Und ich bin dann auf jeden Fall gespannt, wie wir das Ganze zu Potte bekommen und wie das Ganze dann ablaufen wird. Mit meinem Hausverkauf bin ich jetzt echt zufrieden soweit, dass es jetzt alles geklappt hat. Ich habe heute den Vertrag unterschrieben, weiß jetzt, wann ich raus muss, weiß, was ich bekomme, weiß, dass alles heute geklärt ist. Es werden noch ein paar Kleinigkeiten geklärt und Ende des Monats, Anfang nächsten Monats, sollte dann der Großteil alles vom Finanziellen her geklärt sein und dann Ende des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres werde ich dann hier raus sein. Das ist auch interessant, was er gerade erzählt. Er sagt, er hätte es unterschrieben, aber das Finanzielle ist noch nicht geklärt. Da frage ich ja auch, glaubt er dann noch an Nachverhandlungen oder ist das erst für ihn geklärt, wenn er das Geld auf dem Konto oder auf der Kralle hat? Perfekt zum Jahr 2022. Das wären genau zehn Jahre, nachdem ich mit YouTube angefangen habe, beziehungsweise nach über zweiunddreißig ein halb Jahren bin ich dann auch aus diesem Haus raus. Ja, ist eigentlich der Wahnsinn. Dieses Haus hat er vererbt bekommen, hat seine Familie aus diesem Haus rausgeekelt, die Schwester und die Mutter, hat er dieses ganze Haus für sich alleine, hat es komplett runtergewirtschaftet, die Stadt kauft es für ein Apfel und ein Ei auf und reißt es ab, damit es nicht zu einer Pilgerstätte wird, beziehungsweise wer will denn auch diese ranzige Höhle haben? Ich meine, das ist ja auch keine gute Lage, es ist ja nicht so, als ob es jetzt zentral in Nürnberg liegen würde, es ist halt wirklich ländlich gelegen in so einem 40-Einwohner-Dorf, das möchte halt, möchte sich halt kein normaler Mensch antun. Viele sagen so, ey, das muss doch voll schwer für dich sein, so, das ist dein Elternhaus und alles und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde dieses Haus nicht wirklich vermissen. Ja, natürlich, weil du es komplett runtergewirtschaftet hast. Es gibt kaum noch Scheiben da drin, wenn man die Hälfte davon gut war ein Hater, die andere Hälfte hast du in deiner Wut zerschlagen, da war wohl die Zündschnur wieder ein bisschen zu kurz. Das Ding hatte keine Heizung, keine anständige, da wurde nichts gemacht, das Dach ist wahrscheinlich, sieht wahrscheinlich mittlerweile genauso gut aus wie von der Bulldog-Halle, das Ding ist total zerwohnt, es gibt keine anständigen Fußböden, es gibt, die Wände sind ja nicht mal ordentlich verputzt, in der Küche hat man ja noch offene Abflussleitungen gesehen, die waren nicht zugeputzt, natürlich gab es auch keine Farbe, keine Tapete an den Wänden, das ist halt wirklich, das sieht ja aus, als ob da irgendwelche Junkies wohnen würden, dass man sich eigentlich freut, aus sowas auszuziehen und dass man meint, es würde bergauf gehen, ist ja auch logisch, nur von bergauf gehen kam nichts, eigentlich war es für dich immer ein weiterer Abstieg. Ich bin einer von diesen Menschen, der sagt, seine Familie ist da, wo das Herz ist, meine Familie hat mich im Stich gelassen. Deine Familie hat dich im Stich gelassen? Mein Gott, bist du verlogen. Du hast es selber erzählt, als hier der, der große Muskelmann bei dir war und ihr die, und du ihm das Haus gezeigt hast, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen, da hast du ihm doch erzählt, dass deine Schwester da war, mit ihrem Mann und sie ein gemeinsames Kind hatten und dir das Kind vorstellen wollten. Du warst Onkel geworden. Deine Schwester hat dir das aber nicht erzählt, damit du das nicht sofort ins Internet rausbrüllst. Und was hast du denen gesagt, dass sie sich verpissen sollen? So bist du mit deiner Schwester umgegangen. Die hat dich nicht verraten. Du hast sie weggeschickt. Und deine Mutter, was du mit deiner eigenen Mutter im Internet rausgehauen hast. Dass deine Mutter eine Schlampe wäre. Also, ich weiß nicht, wie schlecht man noch über seine eigene Familie reden will. Und jetzt erzählst du ernsthaft, deine Familie hätte dich verlassen, hintergangen oder sonst irgendwas. Es ist doch einfach nur unverschämt. Und du wunderst dich, warum du einsam und alleine bist. So redest du über andere Menschen. Dass die sich dann nicht hinter dich stellen, dürfte dir doch wohl klar sein. In einer schweren Zeit. Ursprünglich war es so, dass sie mir geholfen haben. Das ist auch etwas, was ich ihnen sehr hoch anrechne und ihnen mein Leben lang hoch anrechnen werde. Natürlich. Du warst der Bruder. Du warst der Sohn. Natürlich haben die hinter dir gestanden. Aber halt nur bis zu einem bestimmten Maße. Dein Vater wollte kein Internet im Haus haben, weil er genau wusste, was das für eine Katastrophe ist mit dir. Und deine Verwandten, das hast du doch auch schon erzählt, seine Onkels und Tanten haben gesagt, lass den Quatsch bloß sein. Aber du wolltest es doch nicht drauf hören. Du wusstest es wieder besser. Du wolltest deinen eigenen Weg gehen, dein Ding durchziehen. Und du bist ja der, der sich nie selber hinterfragt, nie was anders machen will. Und ja, das ist das, wo es dich hinbringt. Aber in der Zeit, in denen es dann richtig schlimm wurde mit den ganzen Hatern und so weiter und mit meinen Wünschen, die niemand respektiert hat. Ja, weil deine Familie wahrscheinlich genau dasselbe gesagt hat, wie die Hater auch. Die haben gesagt, lösch dich. Und das wolltest du nicht hören. Wo von Anfang an alle gesagt haben, du wirst scheitern, du wirst... Was heißt denn scheitern? Du hast kein normales, soziales Leben geführt. Du hast keinen Beruf gehabt. Deine Familie hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass du eine Ausbildung machst. Das wäre natürlich für dich ein großer Aufwand, ein Riesenschritt gewesen. Aber wenn du eine Ausbildung hättest, einen vernünftigen Job, dann hättest du auch monatlich deine geregelten Einnahmen haben können. Vielleicht wäre das die Grundlage für ein geregeltes Leben bei dir gewesen. Weil momentan lebst du ja nur eigentlich von der Hand in den Mund und ob am Ende was übrig ist vom Monat oder ob du am Ende 2000 Euro Schulden hast oder sonst irgendwas. Du hast ja keine Übersicht darüber. Du machst ja keinen Haushaltsplan oder ähnliches. Also du kannst ja nicht wirklich mit Geld umgehen. Du bräuchst jetzt eigentlich einen Vormund, der auf dich aufpasst. Aber leider ist es in Deutschland so, dass die Kapazitäten dafür überhaupt nicht gegeben sind. Also jeder, der mit seinem Leben überfordert ist, wenn der einen Betreuer kriegen würde. Also so viel Personal haben wir leider nicht. Wir haben ja jetzt schon Personalmangel an allen Enden. Und das halt jahrelang zu mir gesagt haben. Fast neun Jahre lang haben die mir das gesagt. Und ich bin halt jemand, ich habe schon immer für das, was ich will und für das, was ich möchte, eingestanden und auch gekämpft. Ich bin ein Mensch. Ja, du möchtest nicht arbeiten. Das hast du bis heute gemacht. Aber die Konsequenzen dafür kriegst du halt auch. Der Ehre und Anstand und auch Respekt sehr hoch ansetzt. Rainer, Ehre, Anstand, Respekt. Ehre hat man nur, wenn man andere auch ehrenvoll, ja, sich anderen ehrenvoll gegenüber verhält. Und das tust du nicht. Anstand hast du auch nicht. Du benimmst dich halt wie ein Prolet. Also, dass du solche Worte überhaupt in den Mund nimmst. Du machst einfach nur dein eigenes Ding und willst dir nicht anhören, dass du anderen mal vielleicht auch die Gefühle von anderen verletzt und solche Dinge. Du denkst nur an dich alleine. Deswegen ärgert es mich umso mehr, wenn ich mich aufgrund der Hater die ganze Zeit ärgern muss beziehungsweise aufgrund der Hater die ganze Zeit rumschreien muss, mich belästigt fühle beziehungsweise andere belästige dadurch, dass ich mich... Ja, das ist wahr. Du belästigst auch andere. Du brüllst rum. Du brüllst dein ganzes Dorf zusammen. Also, die Leute, also, als sie das gehört haben, dass du dein Haus endlich verkauft hast, wahrscheinlich werden sie es auch gar nicht geglaubt haben, weil du es ja nicht das erste Mal behauptet hast. Aber wenn dann auf einer Sitzung im Dorf oder in der Stadt dann die Bürgermeisterin verkündet hat, dass sie die Stadt das Haus aufgekauft hat und dass Herr Winkler da kein Wohnrecht mehr haben wird, dann haben die wirklich die Korken knallen lassen. Da kannst du dir mal ganz, ganz sicher sein. Was ist denn mit meinen Haaren schon wieder los hier? Was ist denn das? Ja, sieht furchtbar aus. Einfach runter damit. Ähm, schau da nicht hin. So. Um genau zu sein, alles, was ich mein Leben lang aufgebaut und erreicht habe. Rainer, du hast nichts aufgebaut. Du hast nur kaputt gemacht und erreicht hast du halt auch nichts. Dieser YouTube-Dulli-Kanal, den du hattest, den hattest du nur, weil du massenhaft Trolle und Hater hattest. Du hattest ja keine Fans. Du bist halt kein Gronk geworden. Von diesen 300.000 Abos, die du mal hattest, waren die meisten halt irgendwelche Leichen von Leuten, die nur mal vorbeigeguckt haben und halt wahrscheinlich Bots ohne Ende und wahrscheinlich auch Trolle, die dir ein Hochgefühl geben wollten, damit du einfach nur noch tiefer fällst. Und ja, das ist halt auch passiert. Hat im Prinzip auf den Punkt hingearbeitet, auf den ich jetzt zusteuere. Mir war von Anfang an klar, dass ich dieses Haus bis dahin nicht mehr besitzen werde. Ich wusste immer, dass ich irgendwann weggehen werde. Ich wusste immer, dass ich irgendwann wegziehen werde und nun was Neues machen werde. Das ist auch kompletter Unfug. Das widersprichst du dir doch schon wieder. Die Frage ist nur, wem willst du das gerade erzählen? Willst du das deinen Zuschauern erzählen oder versuchst du es dir selber einzureden, um dir ein besseres Gefühl zu geben? Natürlich wolltest du das Erbe deiner Familie nicht verkaufen. Du erzählst doch immer, wie stolz du bist auf deine Großväter oder deine Großvater, deine Großmutter, die die Eltern von Emskirchen genannt wurden oder sowas. Das Heimatmuseum, was früher auch irgendwie deiner Familie gehört hat. Natürlich wärst du gerne da geblieben, aber dich wollte keiner haben und irgendwann wäre auch die Gefahr da gewesen, dass halt die Hütte über deinem Kopf einfach zusammenbricht. Du hast dich halt nicht darum gekümmert, dass das mal vernünftig ist. Eigentum verpflichtet. Ja, nicht auch. Ich habe ein Apartment, was ich vermiete. Da muss ich mich auch darum kümmern, dass da alles im Stand ist. Das ist manchmal riesen Ärger. Da gibt es einen Rohrbruch, dann gibt es mal Salmonellen in der Leitung und sonstigen Käse. Bock hat man darauf auch nicht. Schöner ist, wenn einfach nur die Miete kommt, aber so funktioniert das leider nicht. Und mein neues Leben und ein neues Leben führen werde. Im Jahr 2015, 16 wollte ich das auch schon machen. Da hast du es behauptet. Gestimmt hat das nie. Im Jahr 2016 wollte ich das Haus ursprünglich an meine Schwester verkaufen. Das kann ich jetzt erst sagen, weil sich das inzwischen erledigt hat. Dann ging einiges hin und her und am Ende habe ich dann ewig gewartet, dass mal was vorwärts geht, dass mal was passiert. Und wie es schon zuvor mit meiner Mutter das ewig gedauert hat, dass man mal zum Notar konnte, dass das Haus auf mich überschrieben wurde, nachdem mein Vater gestorben ist, weil meine Mutter ewig lang nichts unternommen hat. Ja, und ich damals immer draufdrücken musste, dass was passiert. Ich hatte mich jetzt schon länger dazu entschieden, das Haus zu verkaufen. Das war jetzt trotzdem ein paar Wochen hin und her. War trotzdem eine Entscheidung, die ich mir nicht leicht gemacht habe, obwohl die Entscheidung jetzt nicht unbedingt schwer war, weil ich halt hier sonst so lange wohne, sondern es war eher die Entscheidung, die auch auf finanzieller Basis zu treffen, schwer war. Außerdem musste ich... Die Entscheidung war schwer zu treffen auf finanzieller Basis, weil du einfach mehr Geld dafür haben wolltest oder woran liegt das? Ich muss erst mal schauen, dass ich finanziell halbwegs stabil dastehe, dass ich... Das ist ja komplett in die Hose gegangen. Es musste dafür Geld ausgegeben werden, dass dein Krempel aus dem Haus rauskam, weil du zu faul dafür warst. Du musstest dir ja deine blaue Spielzeugkarre kaufen und deine Schulden mussten getilgt werden. Und nachdem du mit Wertverlust dann später deinen Wagen verkauft hast, nach dieser lustigen MPU-Geschichte, danach war von der Kohle natürlich gar nichts mehr übrig. Und das muss man mal wirklich schaffen. In so kurzer Zeit so viel Geld zu verbrennen, eigentlich ein Unding. Es gibt so viele Menschen, die hart für ihr Geld arbeiten. Also ich muss sagen, mein Job macht mir Spaß. Ich habe... Also klar, ich würde auch gerne lieber schlafen und hätte lieber Freizeit. Aber ich habe nette Kollegen, die Arbeit macht Spaß, fühle mich da herausgefordert. Das ist eine super Sache. Das ist auch immer schön, wenn der... Klar, man ist acht Stunden auf der Arbeit. Super, wenn das klappt. Aber naja... Monatlich genug Einnahmen habe, damit ich auch mir weiterhin ein finanzielles Polster anschaffen kann und das aktuell noch nicht existierende, aber durch den Hausverkauf dann entstehende Finanzpolster beziehungsweise Situation, dass es dann halt immer mehr wird, dass ich dann halt aus diesem Geld noch mehr machen kann. Ja, das hat ja super funktioniert. Aus dem Geld ist halt nichts geworden. Und beim heutigen Zeitpunkt hast du wieder Schulden. Die AOK steht vor der Tür. Die Steuern hast du anscheinend nicht bezahlt. Die müssen auch nachgezahlt werden. Und wahrscheinlich sind auch einige Lizenzinhaber von Musik hinter dir her, die gerne auch hätten, dass du mal Geld abführst für diese ganze Spotify-Musik, die du die ganze Zeit abspielst. Naja, aber da wird es auch noch interessant sein, wie das für dich ausgeht. Viel wird nach dem Hohes Hausverkauf und dem Kauf des neuen Hauses nicht wirklich übrig bleiben. Es ist richtig. Nach dem Verkauf dieses Hauses ist nicht viel da geblieben und ein neues Haus hat es ja nie gegeben. Entschuldigung. Egal. Es wird auf jeden Fall nicht viel übrig bleiben durch diese Transaktion. Ich hoffe, dass ich mein Leben in Zukunft in aller Ruhe weiterführen kann. Ja, das sollte eine Illusion bleiben. Du hast die Hater provoziert. Du hast dann erzählt, als du dein neues Auto vorgestellt hast, dass du es ja gekauft hast, nicht um dich tarnen zu können, sondern um vor den Hatern fliehen zu können, besser um die abzuhängen. Dann in der ersten Nacht, wie schon erzählt, hast du die Hater provoziert mit Such mich doch meine kleinen Haterchen. Ja, du warst danach so gut wie nie in der Situation, dass du deine Ruhe hattest. Entweder wussten die Hater, wo du bist, oder du warst zumindest paranoid und hattest immer Druck. Und das war deine eigene Schuld. Oder zumindest in so weiter Ruhe, dass ich dann auch mal Sachen machen kann, wie ins Schwimmbad gehen. Ich möchte wieder in die Sauna können, wobei das natürlich aufgrund von Corona schwierig ist. Ja, das geht auch irgendwann vorbei. Aber wir wissen ja auch, wie deine Beine da aussehen. Und wenn ich überlege, dass ich im Schwimmbad bin und du dann ankommst und mit diesen Beinen ins Becken reingehst, also so gut könnten die das gar nicht geklort haben, dass ich da drin bleiben würde. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die dich ja so reinlassen würden. Ich möchte gerne wieder ein bisschen rumreisen können, auch das ist natürlich schwierig in Corona. Aber ich möchte einfach mal ein halbwegs normales Leben führen, trotz dass ich YouTuber bin und trotz dass ich meine YouTube-Videos mache. Ja, dieser Traum wird für dich nicht in Erfüllung gehen, weil du weiter provozierst und weiter im Internet bist. Also das Beste, was du jederzeit machen könntest, ist natürlich deine YouTube-Aktivitäten. Na gut, die haben sich ja eh eingestellt. Deine Internet-Aktivitäten einzustellen. Das wäre das Beste, was du machen könntest. Das Zweitbeste wäre immer noch, schon eine starke Abstufung, aber wenigstens aufhören zu provozieren. Die Hater in Ruhe lassen, nicht mehr darauf eingehen. Damit wäre schon ein großer Anreiz weg. Aber dadurch, dass du halt provozierst, es wird nicht weniger, es wird mehr. Ich sag gleich von vornherein, ich denke, für die Hater wird das nächste Jahr eine etwas größere Durststrecke vor. Lass mich mal kurz überlegen, aus der Retrospektive gesehen. Nein, es wird irgendwann eine komische TikTok-Staffel kommen. Das ist für mich einfach nur Datenmüll. Das ist irgendwie eine kleine Durststrecke. Aber du ziehst dich ja nicht zurück. Du nörgelst allen die Ohren voll, wie schlecht es geht. Du provozierst wie Sau. Nein, es wird keine Durststrecke für die Hater kommen. Vor allem, weil sie dann ja nicht mehr vor meinem Haus zu stehen können. Vermutlich. Und das wird natürlich wieder die Aktion von den Hatern sagen, der Hate wird weniger. Wird es wahrscheinlich wieder heißen, ja, der Hate wird nicht weniger. Ja, ist ja richtig. Der Hate wird nicht weniger. Dann stehen sie wieder in Massen vor meiner Tür, weil sie natürlich mir versuchen, immer das Gegenteil zu beweisen und deswegen noch mehr Anstrengungen unternehmen, um mir zu beweisen, dass das, was ich sage, Blödsinn ist. Ja, Reini, du merkst es doch selber. Dann erzähl doch so ein Zeug nicht. Sag es doch einfach nicht. Wenn du weißt, es ist eine Provokation für andere, lass es doch. Lass die Leute in Ruhe, die lassen dich dann in Ruhe. Aber das möchtest du halt nicht. Weil spätestens nach einer gewissen Zeit, wo du nicht auf die Hater eingegangen bist, gehen deine Klickzahlen runter, deine Einnahmen gehen runter und dir wird wieder klar, Hater sind dein einziger Content. Dein einziger Content, der interessant ist. Wenn du gamest, das ist eigentlich unerträglich langweilig. Wenn du irgendwelche Vlogs machst und irgendwas. Ich muss sagen, ich gucke mir diese Vlogs und sowas auch gerne bei anderen Reactern an. Ohne Kommentierung kann ich mir das nicht angucken. Das ist sowas von trostlos langweilig. Also gruselig. Was Sie sagen richtig ist, aber damit beweisen sie mir nicht, dass der Hate mehr wird, sondern damit beweisen sie mir, und jeder, der weiß, wie man darüber nachdenken muss, auch allen anderen, dass sie nicht mehr sind, sondern einfach nur aggressiver werden. Ja, das ist halt auch nicht gut, Leute zu reizen, dass sie aggressiver werden. Ich meine, warum sollte man das tun? Ja, aber das ist halt dein Leben. Du wolltest es so, du bekommst es so. Jetzt rasieren gehen, sowohl im Gesicht als auch auf dem Kopf. Danach werde ich noch mal kurz meine Hackfresse in die Kamera halten und euch noch mal zeigen, wie das Ergebnis aussieht. Wahrscheinlich habe ich hier mit ein lauter Pickel unter deinem Bad. Ja, da gibt es auch Empfehlungen für, um das wegzukriegen. Sich öfters mal waschen, vielleicht auch irgendein Peeling nehmen oder sowas, ein Gesichtswasser, eins ohne Alkohol. Es gibt halt Leute, die haben eine eher fettigere Haut. Es gibt Leute, die haben weniger Probleme damit. Aber da kann man was machen. Da gibt es Hygieneartikel für. Wahrscheinlich wird ein volles Pizza-Face sein gleich. Was ich übrigens immer geil finde, ist, dass meine Stirn makellos ist. Zumindest von den Pickeln her. Und auch hier die Seiten sind halbwegs sauber. Auf der Stirn habe ich, glaube ich, in meinem Leben nur zweimal einen Pickel gehabt oder dreimal. Das sind auch wieder Storys. Also Geschichten aus dem Leben. Auf der Stirn hatte ich nur zweimal einen Pickel. Also was Interessanteres kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Für alle Hater da draußen, die sich immer darüber aufregen, meine Haare, ja. Auch wenn ich mir die Seiten abrassiere. Ey, du siehst halt schlimmer aus als Urban Priol. Also wer ihn kennt, Kabarettist, gerne mal googeln, hat eine lustige Frisur. Ich habe volles Haar. Schau dir mal an, wie dick diese Haare sind, Alter. Drachenlord. Forever the best. Oh mein Gott. Es ist wirklich sowas von cringe. Mal schauen, wenn er gleich die Kamera wieder anmacht, ob er dann besser aussieht. Ich bezweifle es mal. Und wenn ich in seinen Mund schaue, der Zahn auf der anderen Seite von der Lücke, der hat auch schon so eine schwarze Verfärbung. Irgendwann, eines schönes Tages, haben wir die Bugs Bunny Staffel. Und wir wissen ja, dass du keine Krankenversicherung, keine vernünftige hast, keine zumindest ohne Zuzahlung. Und dass du deine Zähne nicht machen lässt und danach siehst du halt echt aus wie der größte Kasper. Unbesiegt. Auf ewig. Du bist der besiegteste Mensch, den ich kenne. Auf ewig. Auf ewig. Das ist reiner... Ach du Scheiße. Ja, das ist das Problem. Er hat sich jetzt ernsthaft die Seiten neben seinem Möchtegern Erokesen ausrasiert und hat jetzt den Bart um den Mund und übers Kinn stehen lassen, damit das Doppelkinn noch weiter hervorkommt. Und er sagt dir selber, dass er eine sehr unreine Haut hat. Und dieses Babyface-Reiner sieht echt gruselig aus. Aber Babyface-Reiner mit diesem Kinnbart und seinem komischen Erokesen... Also, es ist ja echt gruselig. So, damit bin ich frisch aus der Dusche. Normalerweise rasiert man, nachdem er es normal abrasiert hat. Das Ganze noch nass. Ja, du hast irgendwie auch nicht alle Haare erwischt. So wirklich gut sieht das nicht aus. Das mache ich nicht. Weil ich das Gefühl nicht mag vom Nass-Rasierer auf meiner Kopfhaut. Als ob es dann besser aussehen würde. Rainer, mach dir eine normale Frisur. Alles auf eine Länge, aber doch nicht so ein Gekasper. Es sieht furchtbar aus. Gut. Ich habe jetzt mal einen richtig sauberen Schnitt reingemacht. Hoffe ich zumindest. Links auch. Nein, überhaupt nicht. Du hast halt keine Spiegel mehr in deiner Wohnung, die du nicht zertrümmert hast. Wie willst du deine vernünftige Frisur selber machen? Dankwürdig. Seltsame Geräusche im Garten. Okay, egal. Jedenfalls hier auch ein bisschen. Hier natürlich. Unten und hier rauf. Hier habe ich wieder ein bisschen zu weit runter geschnitten. Das mache ich leider viel zu oft. Müssen wir mal einen richtigen Rasier für den Bart besorgen? Ja, wäre vielleicht eine gute Idee. Du stellst dich mit deinen Videos in die Öffentlichkeit. Wäre vielleicht angebracht, mal nicht ungepflegt da rumzulaufen. Und ich muss sagen, ich rasiere mich auch selber auf dem Kopf. Ich habe halt eine kurze Frisur. Bei mir geht das ganz gut. Aber früher, als ich längere Haare gehabt habe, bin ich auch zum Friseur gegangen, habe da irgendwie 14 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, wie teuer es jetzt ist. Werden ein paar Euro mehr sein. Aber dafür sieht man halt vernünftig aus. Und dieses Gekasper, was du da auf dem Kopf hast, also gibt das Geld für was Vernünftiges aus, statt für irgendwelche Schmuddelplattformen oder Energydrinks. Und das war etwas gepflegter. Ich habe übrigens auf meiner Wunschliste so Bartperlen gehabt. Vielen Dank an den User, der mir die geschickt hat. Ich habe die sogar zweimal bekommen. Aber das macht... Ja, klasse. Super. Hast du wieder irgendeinen Müll bei dir rumliegen, der wahrscheinlich dann auch weggeschmissen wurde, als die Schanze abgerissen wurde? Oder willst du in dem Bart dir irgendwelche Bartperlen festmachen? Nichts. Ich kann die ja durchaus gut benutzen. Ich muss nochmal gucken. Vielleicht kann man die Bartperlen ja sogar für die Haare ein bisschen benutzen. So an den Seiten, dass man sich so ein paar Strähnen runter macht. Habe ich nicht gesehen, dass er das mal getragen hat. Aber es sähe wahrscheinlich noch merkwürdiger aus, dass es jetzt eh auch schon aussieht. Meine Güte. Guck dir diesen Kopf doch mal an. Wie kann man sich so einen Bart schneiden? Gruselig. Und diese Frisur dazu, also gerade, wenn man schwer übergewichtig ist und so einen angeschwollenen Kopf hat, sich, ich finde, er entstellt sich einfach selber damit. Und auch die anderen Planungen, die ich jetzt hatte, werde ich wohl heute nicht mehr umsetzen, zumal es jetzt schon dunkel wird. Man sieht übrigens, dass ich gesucht habe, ich habe auch ein neues Shirt an. Und auch mal eins, was ich nicht so oft anhabe. Tatsächlich, es ist ein neues Shirt. Mal gucken, ob es nur fünf, sechs oder sieben Tage anbehält. Man behauptet, es ist nur ein Shirt. Ja, weil ich nur eins anhabe. Aber übrigens, meine Zähne dürften heute wieder blitzen. Och Gott. Ja, aber man sieht, aus diesem Winkel sieht man diese schwarze Stelle und auch bei der Lücke scheint von uns aus gesehen auf der rechten Seite auch schon die nächste schwarze Stelle zu sein. Also Karius arbeitet. Wenn es Rainer nicht macht, Karius schläft nicht und ist immer da und vollbringt sein Werk. Wie heißt der bei den Simpsons Cletus, oder? Der vorne nur jetzt einen Zahn hat und damit Bierdosen aufmacht. Irgendwann wird das bei Rainer auch kommen, dass er genau so aussieht. Ja, äh, viele regen sich immer über meinen Haarwuchs auf, ja, dass ich so volles Haar habe in meinem Alter noch. Kein Mensch regt sich über deinen Haarwuchs auf. Du möchtest dich jetzt wieder als was ganz Besonderes aber hinstellen, weil du volle Haare hast. Dafür hast du eine saubescheuerte Frisur. Solltest vielleicht noch was draus machen aus deinem tollen Haarwuchs. Auch mit über 30. So eine minimale, minimale Geheimratsecken links und rechts. Aber mehr wird es auch nicht. Vielleicht nur minimal mehr. Äh, genau. Ich muss noch meinen Ofen anschauen, damit meine Haare nicht, äh, damit ich nicht krank werde. Tschö, tschö. Was ist denn mit deinen Dully-Abwehrkräften? Reichen die heute nicht? Naja. Boah, das war jetzt, äh, gut Arbeit. 19 Minuten knapp an Vorlage. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Aber ich muss sagen, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn es so ist, lasst bitte ein Like da oder ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Und wenn ihr bei dem ganzen Geschwafel schon wieder vergessen habt, wo ihr eigentlich seid. Du heißt erst mal Rüdiger, heißt du? Genau. Ihr seid beim Rüdiger.